Hey Leute, willkommen zurück zu Stalker Lost Alpha. Ich bin im Wald und werde gleich zur Bar fahren und dann dort weiter in den Yanta. Hat da einer geschrien? Ja, ist okay. Ich habe da letztens ein paar Zombies abgeschossen. Oh, okay, 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 okay. Vorsicht. Oh. Ach du Scheiße, was soll denn das? Warum springst du denn wieder wie so ein Flummi? Dieser Typ, ne? Ich mag ihn, aber der ist manchmal ein bisschen lebensgefährlich. Alles klar. Äh. Okay, Vorsicht. Sag Malik. Ich fahr halt die ganze Zeit so von deinen Qualitäten überzeugt, lieber Jeep. Ach ja, der Yanta ist eins bei der Lieblingsgebiete. Das ist sehr, sehr geil. Oh, genau, ich wollte euch was zeigen. Ja, kannst du mal? Gerade fahren. So, pass mal auf, ich zeige euch mal was. Nein, ich bin der Handgranate, wollte ich euch das zeigen. Ah, da vorne ist es. Ist das vielleicht auch die Stelle, wo man Artefakte farmen kann? Das ist nämlich eine sehr, sehr coole statische Anomalie. Fahre ich das mal an. Das ist so eine Art Zyklon. Kein Zyklon, so ein Obelisk. Und da brutzelt es überall. Und manchmal entlädt sich das Ganze an der Spitze. Macht aber keinen Schaden. Also man, man bekommt hier keine, ja, man bekommt hier keine Gewischt, sozusagen. Wenn das geschieht. Also ich weiß jetzt nicht, wie nah man dran stehen muss, dass vielleicht doch was passiert, aber... Das hier ist noch sichere Entfernung, würde ich sagen. Wusch! Das ist cool. Das ist richtig cool, das Ding. Aber ich wüsste jetzt nicht, was es sonst noch für Effekte hat. Oder was für einen Sinn überhaupt. Na gut, braucht eine Anomalie einen Sinn? Ich denke nicht. Das soll einfach nur mysteriös und unheimlich sein. Und das ist es definitiv. Okay, wir gehen weiter zur Bar, Leute. Wird Zeit, dass wir uns da jetzt mal ein bisschen sputen. Weil ich habe ja schon mal gesagt, immer die ganzen Wege hier, das ist alles langweilig. Das wollt ihr nicht sehen. Ich will es auch nicht sehen. Ich will sie vor allem nicht laufen müssen, jedes Mal. Oh, 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 oh. Aber dafür halte ich jetzt mal an. So, Motor aus. Dafür halte ich ganz kurz an. Speichere auch mal. Weil Artefakte, die nehme ich immer mit, wenn ich die sehe hier. Ah, Stormflower. Oh, tschüss. Na, also wenn man Geld braucht, ich glaube, der Wald ist da gar nicht verkehrt. Da gibt es immer viel Artefakte. Monster jetzt leider auch, aber mein Gott. Oha. Hier strahlt es aber ganz schön, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Habe ich da noch so wenig Strahlenschutz? Das ist ja unglaublich. Na, habt ihr das gesehen? Aufgepasst, habt ihr aufgepasst? Warte. Ich habe es gesehen. Oh, mir gefällt es hier nicht. Hier sind super starke Mutanten unterwegs. Es leuchtet nicht. Oh, jetzt wird wieder Strahlung. Was ist denn da los? Flucht noch eins. Dieser Wald, ne? Ist tückisch. Oh Gott, noch mehr Anomalien auf der Straße. Das ist immer gefährlich, wenn man hier in ein Karussell reinfährt. Ja, ja. Das kann ganz schön übel ausgehen, soll ich euch? Oh nein. Ist da eine Straßensperre? Ab. Okay, absolut, ja. Bö. Autsch. Bin ich gleich raus hier? Oh ja, daneben gibt es so eine Abzweigung. Da werden wir noch mal ganz kurz hinfahren, glaube ich. Ich habe noch ein bisschen Sprit im Rucksack, soll ich? Äh, im Kofferraum. Oh nein, was? Blowout. Was zur Hölle? Kann ich daneben sicher? Ne. Ich fahre weiter, Leute. Sorry. Aber mit einer Levelüberschreitung kann man hier ganz gut dem Blowout entweichen. Wä? Nicht aber, wenn ich jetzt da hinten reingehe, dann bin ich tot. Oh, was? Jungs, hau ab. Hau ab. Magici. Oh, 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 ja. Agreed? Okay, okay. Ich hoffe, ich habe es geschafft, weil die Jungs hier werden jetzt sterben. Definitiv. Die haben keinen Unterschlupf. Ja, tut mir echt leid. Ich kann nichts für euch tun. Ich frage mich sowieso, warum überleben zum Beispiel die Tiere? Und die Vögel halt. Auf was? Ist hier der Blowout? An der Bar gibt es doch keine Blowouts, dachte ich. Naja. Vielleicht passiert jetzt was, vielleicht auch nicht. Äh. Äh. Ich bin ja doch nie mit dem Autolag gefahren, aber es geht vermutlich. Wie ist es hier schon wieder? Oh ja, ich kann es hören. Guck mal, die sind alle freundlich. Die Duty Members. Was zum Geier ist das? Zama! Die blöden Viecher haben mich blockiert hier. Oh, ein Huf. Sorry, Kumpel. Nehme alles mit. Bin ich über ein paar Leichen drüber gestolpert. Das tut mir aber leid. Ich hoffe nicht, dass da einer... Ne. Sonst werden die jetzt, glaube ich, feindlich. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht wieder über die Leichen fahre. Da werde ich nämlich wieder... Kumpel, geh mal bitte aus dem Weg. Hallo? Es ist ein fahrendes Auto. Du machst keinen Platz. Ne, mach der nicht. Das ist für mich egal. Das ist ein total schnurz. Man hört so. Es zieht. Ich stelle mal das Auto hier ab. War es jetzt eben mit dem Sprit? Wie es aussieht? Ja, Karo ist aus. So, auf den Trunk. Ja, wenn du meinst. Wenn du meinst, Eckart. So. Wir sind ein bisschen überladen. Das ist aber vollkommen okay. Nehmen wir auch noch mit. 59. Passt doch, oder? Das sind ein paar Artefakt-Skis. Mhm. Ist das so, ja? Oh, ne Soul. Ja. Die sind nicht schlecht, aber... Ich kann nichts mehr mitnehmen. Okay. Wollen wir mal sehen, was die für uns haben, bevor es weitergeht in den Jantar. Soll ich darüber laufen oder darüber fahren in den Jantar? Weil ich werde sowieso wahrscheinlich von der Bar aus hier wieder... ... meine ganzen Ausflüge starten. Hi. Äh, nö. Da ist wieder nichts Neues. Du, was Neues? Was Geld? Warte mal. Oh, 2100. Die geben mir jetzt schon mehr, ne? Weil die jetzt mit mir befreundet sind. Ja. Ein bisschen Wasser hätte ich gerne. So. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Noch irgendwas? Aber ob ich die Schrottflinte mit wichtig verkaufen? Ich weiß nicht. Die ist eigentlich nicht so geil, die Chaser. Es gibt später, glaube ich, noch so eine, ähm, Street Sweeper. Ja, ich weiß nicht, wie die wirklich heißt, aber... Ich kenne sie unter Street Sweeper. Das ist so einer mit einem Trommelmagazin, so eine Schrottflinte. Ich meine, wenn jetzt so eine Schrottflinte... Die heißt doch auch nicht Chaser 13, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ah, finde ich voll gut, dass ich jetzt hier Freunde habe. Das sind alles meine Freunde. Na, Freund, bleib mal stehen jetzt. Ich weiß, ich rieche ein bisschen streng, aber hier draußen wäscht man sich auch nicht so leicht. Radioaktiven Wasser. Freunde sind auch Freunde, wenn sie stinken. Hey. 1400, nein. Warum habt ihr keine Energydrinks? Keiner von euch hat Energydrinks. Habe ich die schon alle leer gesoffen? Wahrscheinlich, ne? Energy. Warum habt ihr euch immer die Waffe gezogen und richtet die auf mich? Ich mache euch gar nichts. Ich bin das unverschämt. Ich bin euer Freund. Hey. Freund. Atiom. Da ist der Atiom. Sehr cool. Wie der aus Metro. Komm, die Wachen haben sie ja auch noch nicht erneuert. Die sind immer noch tot. Hallo. Ich hätte gerne deinen Exosuit. Können wir da handeln ein bisschen? Ist das drin für dich? Und ja, ich weiß, der, ähm, Dings hier, der generell, also die Leute, die auch Waffen reparieren, die geben einem am meisten für das Zeug, wenn man es verkauft. Das ist ja ein bisschen wurscht, ne? Komm hier. Komm hier. No, I want. Shut up, please. Shut up, please. Shut your mouth, please. Ich will nur ganz kurz meinen Kumpel Bescheid geben und dann haue ich wieder ab. Hey. Ähm, wegen dem Blutsorgerkönig. Ja? Äh. Vielleicht sollten wir ihn Dracula oder so nennen. Äh. Ich frage mich, warum er mich so ansieht. Hä? Warum? Ich hab da nur einen Witz gemacht. Lach doch mal. Oder? Gibt er mir echt das Maximum? Ne. Gibt er auch nicht. Seht ihr? Er ist halt nicht mein Freund wie die anderen. So. Was kannst du denn noch haben? Ich hab so viel Zeug mittlerweile. Erst wird das weg. Ist das für die Walter? Ja, die behalte ich aber, die Munition. Guck mal, wie leicht ich jetzt werde auf einmal wieder. Ist herrlich. Sollen wir noch die Künste haben? Die ist nicht panzerbrechend. Pui. Pui. Ich mag keine nicht panzerbrechende Munition. Zeit, die Spita. Ja, brauche ich jetzt nicht. So. Mal gucken. Kannst du mir was reparieren? Oder kannst du mir was verbessern? Oha. 3000 rastet das. Na gut. Ich bin mal nicht so. Die kostet 400. Na, ist auch gut. So. Wunderschön. Jetzt sind wir wieder... Was? Warum hat die wieder... Achso, der Sheratan hat mir gesagt, ich soll noch mal bitte den Silencer runter machen von den Waffen. Dann ruckelt das nämlich nicht mehr, wenn man schießt. Das ist wirklich nur der Schalldämpfer. Verrückt. Aber irgendwie auch logisch, ne? Das macht eben so ein paar Performance-Fehler, das Teil. Komm hier. Ich habe immer etwas Interessantes für Leute wie dich. Hast du ja. Ah, was nehme ich denn noch? Die Cora kann ich wohl verkaufen, hm? Ne, komm, die lasse ich da. Ist ja auch wurscht. Ich brauche ja nichts. Das Repair-Kit kann ich eigentlich auch hier lassen. Oder? Das lege ich am besten ins Auto dann. Essen habe ich genug. Trinken wahrscheinlich habe ich auch genug. Aber ich hätte vielleicht gerne noch ein bisschen Energies. Ja. Aber guck mal daneben übrigens, was im Fernseher läuft. Super spannend. Super, super spannend. Nehme mir noch ein bisschen was für die Walker mit. Verkaufe ich dafür wieder? Ich nehme nur panzerbrechende Munition. Das ist so mein Credo. Nur panzerbrechend ist gut. Der Rest ist nicht so gut. Tolles Credo, ne? Habe ich mir gerade ausgedacht. So, wir nehmen noch die mit. Taschenlampen. Lieber Batterien. Ich weiß nicht, ob noch etwas Dunkeles kommt. Irgendwelche dunklen Abschnitte. Nehmen wir auch mit. Haben wir noch was? Den Chali. Ah, komm. Jetzt komme ich nur in Versuchung, den wieder drauf zu stecken. Und da druckelt es. Eine Mundharmonika habe ich? Wo habe ich die denn her? Ich werde nicht wissen, wie viel... Äh. Wer die schon alles im Mund hatte. Das ist echt nicht appetitlich. Gerade hier in der Zone ist das wahrscheinlich keine schöne Vorstellung. Ja, ja. Kann ich der dich abknallen, den Jungen? Den Tifter? Den Jungen. Der Junge. Ich könnte auch nochmal zur... Ich gehe nochmal zur Arena. Ich will ja langsam mal VIP werden bei denen, oder? Aber erst gehe ich ganz kurz nochmal ins Auto. Und lade den ganzen Kram hier ab. Weil sonst kann ich wieder nur so ein bisschen sprinten. Und das gefällt mir gar nicht. Warum wiegt so ein Benzinkanister? Ja gut, ich meine klar, da ist Benzin drin, aber... Ne? Oh, habt ihr gesehen? Ich kann sogar so... Ja, stimmt. Die Tonnen kann man aufheben. Das habe ich ja schon gemerkt bei Agro-Prom. Hallo, Freund. So ein Affe, hey. Die machen aber auch keinen Platz, ne? Wieso die Prols in der Stadt, weißt du? So die Großstadt-Prols. Dicke Arme. Keine Beine. Braun gebrannt. Ist ja jetzt nicht das Wort, was andere dafür nutzen. Elektro, ne? Und dann... Keinen Platz machen. Das sind die geilsten. Die wollen uns zeigen, wie toll sie sind. Also denke ich mir auch jedes Mal. Boah. So einer bist du, Kumpel, mit deinem geilen Anzug. Auf den ich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen neidisch bin. Aber bis ich den habe, wird es, glaube ich... Ne, dauert gar nicht mehr so lange, wenn ich überlege. Aber die haben auch nicht so einen guten Schutz, meine ich. Ich glaube, die kriege ich nämlich dann Agro-Prom schon. Äh, hier, Yanta. Da bekomme ich dann diese Schutzanzüge. Zumindest, wenn es ist wie im normalen Vanilla-Spiel. Warum Refuel? Ich habe es doch gar nicht aufgefüllt, Mensch. Ich finde es, ehrlich gesagt, blöd, dass die Option gegeben wird. Obwohl man das gar nicht machen will. So, die Handgranate. Ne. Was können wir noch ablegen? Am besten die hier noch. Ja. Ah, schon habe ich hier nur noch 34. Ich hoffe, ich kann... Soll ich da durchlaufen? Ne, also Yanta laufe ich rüber, schnell. Sonst wäre ich jetzt faulerweise rübergefahren, aber... Alles klar, Kamerad. Ich habe eins auf keinem schon gemacht, gebe ich zu, mit der Arena. Da war so ein, ähm... So ein Schnorchler kam da. Also ihr wisst schon, die, die auf dem Boden rumkrauchen da, die Menschenähnlichen. Die da, die habe ich da schon bekämpft. Ey, Kumpel. Ich möchte kämpfen. Was hast du denn gerade? Äh, du hast wirklich Glück. Wir haben dann einen Blutsauger. Er ist ein bisschen naiv, aber hat schon einen... Was? Already... Aber ist schon ein würdiger Gegner. Na gut, mach ihn bereit. Hier ist dein Geld. Und ich würde sagen, 30 Sekunden. Ja, komm. Alles klar. See you. Ja, lieber 30 Sekunden, weil Blutsauger 10 Sekunden... Was sagt er da? Ich weiß nicht, was er sagt, aber ist okay. Ich muss auch immer erst gucken, was für eine Munition ich habe. Und was für eine Waffe überhaupt. Wahrscheinlich habe ich eine Pistole. Also mit einer Pistole gegen ein Blutsauge habe ich keine Chance. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ja, komm, zeig's mir. Oha. Ja, ja. Schrotflinte? Hey. Nein. Geht weg. Ja. Er wollte raus. Habt ihr das gesehen? Ura! Ich meine, ich finde es ja schön und gut, dass ich immer wieder neue Waffen bekomme. Aber muss das denn sein, dass die mir die jedes Mal aus dem Inventar nehmen? Ähm, vorher. Fände ich ehrlich gesagt ziemlich doof. Hey, Kumpel. Guck mal hier. Habt ihr da wunderschöne Munition und eine ganz, ganz geile Schrottwinde für dich. Die gebe ich dir ganz günstig. Warte doch mal. Hey. Hey, guck mal. Hast du Energy? Nein. Ich brauche einen Energy Drink. Oder vielleicht was zum Heilen, genau. Mal was zum Essen. Oh, ich brauche wirklich was zum Essen und zu trinken. Naja. So geht das. Das ist halt der Alltag als Arena-Kämpfer. Okay, was habe ich denn noch Schönes? Besser. Könnte ich auch bald mal verkaufen. Oh, da ist ja diese überdramatische Musik. Wo ist denn... Habt ihr mir was weggenommen? Ich hatte doch noch Munition für meine Pistole dabei. Für die Walker oder nicht? Wo ist die jetzt? Mann, ihr seid solcher Abzocker. Oder ich habe mich vertan. Ich habe sie vielleicht schon abgelegt. Ich glaube, ich habe die schon weggelegt. Dann ist alles gut. So, der Yanta. Da muss ich jetzt hier rüber. Und da. Hä? War der nicht da unten? Der Ausgang? Da geht es zur Construction Site. Da war ich aber auch noch nicht, oder? Ich war hier auch noch nicht. Die Construction Site. Agrobrom. Das ist aber noch alles, was ich noch nicht gesehen habe. Service ist schwierig, ne? Darkscape. Da ist die Rostock-Fabrik. Da ist der Wald. Guck mal, da sind immer noch die Fallout-Dinge. Oh, die Great Swamps. Dead City. Army Warehouses. Das kennen wir. Countryside. Radar. Chernobyl. Pipyat. Alter Schwede, wie viel ist das noch? Und der Lenin-Atomreaktor. So wie die Concrete Factory. Wir sind da hin. Back to Countryside. Und zum Lab X-16. Was zur Hölle? Wie viele Labore gibt es hier noch? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe das nur alles beseitigt, an Gegnern. Ne, automatisch will ich das nicht lassen. Ich mache das wieder auf Einzelschuss. Mal sehen, ob hier wieder ein paar Schnorchler da sind. Die nisten sich hier ja gerne mal ein. Aber ich muss sagen, hier im Original gab es viel mehr Artefakte zu finden. Hier sind gar keine, komischerweise. Zumindest habe ich hier noch keines gesehen. Und das ruckelt wieder ganz komisch. Also doch, ja, es sind natürlich Artefakte hier, ne? Aber nicht so viele. Also vorher gab es eine ganze Menge mehr. Oh oh. 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 Was ist denn da hin, du Schwein? Kann ich auch. Oh. Diese Scheiß-Banditen. Na? Wer will noch? Ihr habt da eh nichts drauf. Oder ein Scheiß-Lederjacke. Lederjacken-Assis. Mach's dir an hier. Bisschen Geld dabei. Gib mir das. Oh, ne AK. Wenn die noch gut in Schuss ist, kann ich die einigermaßen verkaufen. Das lobe ich mir doch. Ich habe gedacht, das wäre so eine dreckige Viper oder so. Aber ich glaube, die mit der ganz langen Lederjacke da, das sind so die Alpha-Assis. Die Alpha-Cavins des Ost-Blocks. Aha. Obwohl ich jetzt dachte, dass dort das prädestiniert für eine Anomalie, aber nein. Bleib doch mal still. Ich weiß, dass ihr da seid. Oh, ganz ehrlich. Ihr fangt immer an. Sonst würde ich euch ja nicht töten. Aber ihr müsst ja immer Stunk machen. Immer müsst ihr Stunk machen. Ja. Kinder. Was für die Viper? Nee. Nee. Warte mal doch. Das ist auch für die Walker. Äh. Was ist denn mit der Stimme los? Oh, der hat schon diese Schallgedämpfte. Geil. Oh Leute, wie will ich. Ich werde euch auch gleich sagen, warum ich das mit einer der geilsten Waffen finde. Weil das ich als eine der geilsten Waffen empfinde. So, was muss man so. Das ist so ein deutsches Sturmgewehr, glaube ich. Oder Maschinen... Nee, wie heißt das? VLA Special Assault Rifle. Guck mal. Die ist einerseits mit einer der teuersten Waffen. Und andererseits hat die auch schon eingebauten Schalldämpfer. Das Weapon ist based on the Vintar Noiseless Sniper Rifle. But it has a folding butt. Can fire bursts and has a larger magazine. It was originally designed for special forces operating in conditions demanding noiseless and flameless fire. Die haben kein Mündungsfeuer, die Dinger. Ja. Die haben gleichzeitig so ein Mündungsfeuer... Wie heißt das Ding? Ach, so eine Noz... Na, nicht so eine Nozle. Wie heißt denn das Teil? Ja, die haben auf jeden Fall hier vorne diese Löcher im Lauf. Dass das Mündungsfeuer nicht so austritt vorne. Und haben gleich einen eingebauten Schalli. Deswegen ist das eine richtig, richtig gute Waffe. Für... Verdeckte Operationen. Für die ich mich jetzt nicht so eigne, weil ich gerne rumballere. Aber, hä? Hallo? Komm, ist hier zu? Soll ich über einen Zaun klettern oder was? Ach, nö, ich soll einfach auf den Zaun zulaufen. Naja. Auch gut. Was haben die jetzt erwartet, wo ich hingehe? Oder von wo ich da hingelange in den Yanta? Das ist ja verrückt. Hm. Kann man einen Schluck trinken. So. Alles klar. Ich höre wieder Ratten. Tausende Ratten. Hä, der Yanta? Den haben die aber auch ein bisschen anders gemacht, glaube ich. Egal. Leute, ich mache immer Schluss. Haha. Habt ihr gedacht, es geht gleich weiter? Ne. Part ist lang genug. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Stalker Lost Alpha. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020